So, hier sind wir in einer Diamantsuite auf der Mein Schiff 5. Richtig schön groß, hier mit Sitzecke. Für die Kinder ist dann hier richtig komplett ein abgetrenntes Zimmer. Dann ist hier der Schreibtisch, hier der Wohnbereich. Und total schön, hier ist dann das Elternschlafzimmer. Allerdings kann die Kabine nur ab drei Personen gebucht werden. Es passen bis zu sechs Personen ein. Hier ist dann nochmal ein Tisch. Hier um die Ecke sind dann mehrere Sonnenliegen und eine Hängematte. Und hier ist auch ein Lochmausch. Total schön, die Diamantsuite auf der Mein Schiff 5. Ganz, ganz schick. Hier mit begehbarem Kleiderschrank. Hier vorne wieder der Wohnbereich. Und das Badezimmer.